Halli, hallo, lösch und ein wunderschönes Willkommen zurück hier bei The Crew Wild Run. Achso, mir fällt gerade, äh, hier, der Dra ist natürlich auch da, na klar. Ähm, meine Wenigkeit, ich hab irgendwie ein verschobenes Heck, seh ich gerade. Und mir fällt gerade ein, Luna war doch, äh, vorigehende Folge online gekommen, ne? Warum haben wir ja gerade den Zwischendurch nie gefragt. Egal. Ähm, ja. Der letzte Face-Off. Ich bin gespannt, mit was müssen wir fahren. Oh, Street, mit meinem schlechtesten... Ich hab aber doch eine kleine Anmerkung an dich. Ja, merk mal. Ja, eine ganz kleine. Ähm, wir sind beim TS, ja, ne? Und, ähm, wir sind in einem Kanal, ähm, also wenn jetzt einer in die Session reinhüpft. Mhm. Weil kein gesicherter Kanal und so. Ich weiß. Gut, ich wollte es ja nur gesagt haben. Kommt doch eh keiner in das TS, von daher. Ja, jetzt, Luna und Don? Ja, die können doch. Ja, okay. In dem Fall ist es... Deswegen, deswegen hab ich unsere Extran in den anderen geschmissen. Ah, okay. Ähm, wir müssen jetzt Street fahren. Das heißt, ich nehm jetzt mein schlechtestes Auto, was ich überhaupt hab. Ja, ne? Ja, da musst du das wahrscheinlich reißen. Aber na gut. Ich versuch's. Crew Coop. Ich hab auch mein schlechtestes Auto, was ich hab, ja. Ja, Street. Ich muss mir, glaube ich, mein richtiges, ordentliches Street-Auto zusammenfahren. Ja. Alex, Zoe, du musst Troy finden. Wird Zeit, dass wir ihn loswerden. 475, Alter. Ist schon ein bisschen traurig. 692. Ist schon ein bisschen traurig. Ha, 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 ha. Oh, nee. Zoe, ich hab a Troy. Das klingt gut. Das war so ein Ram. Na, super. Ah ja, gegen Troy. LCD-Doc ist auch da. Ja, ich seh's. Der fährt da unten am Stolz mit der Straße links. Ja, er hat auch schön ausgeholt, aber das war ein Satz mit X. Links? Ja, ja, ging nur links, du Witzball. Rechts. Oh, ich muss erst mal, ich muss mich an die Karre wieder gewöhnen. Ey, weißt du, was ich, was, was kostet denn ein Street-Pack? 15.000. Oh, geil. Wenn wir das jetzt nicht schaffen, wenn wir das jetzt nicht schaffen, hol ich mein... Okay, neues Auto mit einem höheren Street-Pack. Nein. Den Charger mache ich nochmal als Street. Darauf hab ich... Weißt du, was für ein Auto, wo du schon ein Pack hast, noch ein Pack drauf drauf bauen kannst? Ich glaube nicht. Ach so, ich muss mir dann nochmal extra einkaufen, oder was? Was? Ich dachte, man kann aus eben mehrere machen. Ja, kannst du ja, aber du musst es dann... Du fährst doch den Charger gerade. Nein. Gut, dann kannst du es machen. Das ist ein Challenger. Ja, ich hab das Auto verwechselt und so. Aber das schaffen wir nicht mehr. Den Charger, den ich als Rennen gemacht hab. Den gelben. Ja, genau, genau. Den kannst du dann mit dem Straßenkit machen, genau. Ja, da will ich abhauen. Wenn du jetzt so ein Straßenkit für ein Auto schon hast, kannst du kein anderes Straßenkit auf das Auto drauf machen. Ja, ja, das ist mit lau. Also ich kann auf den jetzt erkennen. Ja, das ist mit lau. Genau. So, wir kriegen den aber irgendwie nicht, kann das sein? Ne. Ja, wenn wir es jetzt nicht hinkriegen, wie gesagt, dann mach ich das mal fix. Hab ich nämlich grad Bock drauf, irgendwie die Kamera dann... Ich hab... ...als Sweet Edition. Nice. Ich fahr weiter. Ich hab mir erwischt, aber ich fahr ja in die Wand. Ja, ja, ich bin hinter ihm. Oh Gott, scharf rechts. Ähm. Ich komm aber nicht hinterher, das ist mein Problem gerade. Ja, ich immer auch nicht. Aua, scheiße. Mann, das ist ein Gemogel hier. Der muss da vorne links fahren. Der muss einfach links fahren. Das ist ein Gemäre hier. Der verträgt Zwetten? Ja. Ja, aber ja, klar, ich komm ja auch hin rum. Appen. Angetatzt. Halt die Fresse. So, ich hab'n auf N20 runter. Kann ich sehen. Ja, ich bin hinter dem. 19, 18, 17, 15, 14, 13. Schade. 12. Jetzt aber. Bäm. Hast du prima. Schön nochmal über die Mauer geschmissen. Ich hab' mir da noch weiter. Vor allem fährt er in Chor-Chor. Tü-dü. Würde ich aber trotzdem mal aufhören. Ja, ja, hab' ich schon Bock drauf, muss ich sagen. Ist das Platinum? Fragezeichen? Ich, ich weiß nicht. Das ist bei mir super. Ich glaube, Silber. Okay. Was hast du für eine Stufe? Wie, was? Was steht denn auf dem Teil für eine Stufe? Äh, 44? Ja, Silber. Achso, okay. Ah, Stufe. Okay, danke. Gut, aber ich bin trotzdem Erster. So, egal. Das geht mir am Piep vorbei. Das interessiert mich überhaupt. Piep nie. Ja, ne? Seine Karre springt nicht mehr an. Das ist der Chor-Chor, sag ich doch. Ja. Da bin ich ja so ein bisschen geil drauf. Auf das DSi? Ja. Ah, ich hab' nie zu viel geguckt heute von dem Video, was du mir geschickt hast. Ich will mich nicht so viel spoilern. Ja, es gibt nur einen Modi. Momentan. Sagen wir einen Modi auf der E3 angetragen. So, das war jetzt... Nee, das war doch aber noch nie das letzte Face-Off jetzt. Nein. Das wäre ja Quatsch. Das war jetzt der letzte Vollpfosten da. Der letzte Vollpfosten-Story-Mission. Warum hat denn der das wieder umgeswitcht, verstehe ich. Ah, wir sind gar nicht weit weg. Ist das Street? Nein, es ist Rennen. Also, wenn du willst... Also, das letzte... ...müsste rein theoretisch ein Rally sein. Ich weiß nicht. Da, hier, rechts hoch. Geradeaus hoch, hoch, fahr. Hä? Da, geradeaus, fahr hoch. Und Luna steht neben uns. 33 Meter. Yay. Schreib mal, kann ins TS kommen, wenn er will. Ich soll jetzt hier hoch... Wo soll ich denn... Die Satellitenstation hab ich doch schon. Die hab ich doch vorhin... Hab ich doch vorhin geholt, du Assi. Weiß ich doch nicht. Das ist doch die von vorhin. Nein, Luna eben schnell noch. Verdammt, das hat mal wieder wunderbar. Das hätt ich da mitgekriegt, man, wenn da was gebibelt hätte. Du Bibelbibel. Mann. Bibelbibel. Du Bibelbibel. Bibelbibel. So ist meine Leiterung, oder seid ihr? Ja, der kann reinkommen. Ja, kann man nicht wahr. Ich lade nur gleich mal direkt ein. Moment. Ne, den will ich nicht schreiben. Wo ist er denn jetzt? Wo ist ein Luna, 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 Luna? Ich hab mittlerweile zu viele Leute in der Freundschaftsliste. Luna, Luna, Luna. Luna, 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 Luna Und werd ja auch kommentieren. Nein. Oh doch. Ah, guck da hin. Uhuhuuu. Hallöchen. Ja, du bist grad mitten in der Aufnahme übrigens. Hallo hallo an alle. Folge... Folge 40. Ähm... ja... wir fahren jetzt... was ist denn das jetzt? Ein Rennen... ein... ein Rennen... Wir fahren ein Rennen. Bin mir ja schon passend ausgestattet. Ah, süß. Ach so, stimmt ja. Da wär vielleicht ne Idee. Dann kannst du doch schnell glaube ich, ne, oder? Ach ne, ich krieg mein Moped. Ist ok. Joa, schönen guten Abend lieber Luna. Guten Abend. Wir sind auf der Zielgeraden. Der richtige Pool steht bevor. Der Sieger regiert an meiner Fle Need. Schwierigkeit leicht, wissen sie's. Vor allem hat das Größenwaden seitdem der 50 kam. Die vorhergehende Sache war doch auch das schlechteste Auto, was ich habe mit einer Wertung von 400 noch was und warte mich vor, von wegen schaffst du nie und haben es trotzdem hingekriegt. Die sind alle genauso überheblich, die KI-Gegner. Ja, siehst du, ich könnte KI sein. So, naja. Ja, das stimmt. Hier geht es um alles. Gewinne das Rennen. Oh, hätte ich jetzt selber nicht rausgekriegt, du. Oh, danke, dass du mir zwei Autos in den Weg geschaffen hast. Ich hoffe nie. Dranbleiben, ich bin vorne. Das sehe ich von hier hinten. Ach schön. Hier dran, du bist ganz schön abgehoben, Alter. Nur, weil ich hier durch die Gegend fliege. Ja. Gottes Willen. Oh Gott. Ja, und jetzt geradeaus bitte einmal einen Strand oder was? Oh Gott, nein. Du, das versuchen wir bei der nächsten. Was macht er denn hier? Oh. Oh. Ich fliege auch ein bisschen durch die Gegend. Ich wollte mal, ja. Ich fahre dann mal weiter, ja? Ja, mach mal bitte. Ich fahre erstmal rasend ein bisschen. Ich muss erstmal rasend mähen mit der flachen Karre. Oh, bin wieder auf der Straße gelandet. Luna ist auch wieder auf der Straße. Wunderbar. Ich sehe, das läuft. So ein konsequenter auf die Straße zurücksetzer. Ne, ich nicht. Ne, irgendwie. Man will ja was reißen. Ja gut, aber das kriegst du meistens so so hin. Äh, äh. Ja, stimmt auch. Oh, die Hupe hab ich ja schon lange nicht mehr gehört bei mir heute. Äh. War halt noch nicht anstrengend. Ja, aber jetzt gerade. Die Strecke ist auch wie gemacht für die Autos. So gar nicht. So. Ich komm gerade ganz gut rum hier. Ah, das war schlecht. Luna, was ist los? Du musst Gas geben, Luna. Das lässt du, oder? Achso. Ja, nicht bremsen. Gas geben. Alter, jetzt hat er mir... Was macht denn der hier, hä? Ach, ich bin Zweiter mittlerweile. Was ist denn hier los? Ich bin gegen den Pfosten gefahren. Ja, du... Ja, du sollst nicht mehr gegen mich fahren. Du. Du Vollpfosten? Ja. Was sie wünschen? Ja, ich weiß, dass ich gut im Rennen liege. Ich bin ja auch Erster gerade. Ich fall zurück, Mann. Was machst du denn? Was ist denn los? Oh Gott. Na, klasse, Alter. Du bist ja gerade mit meinem Heck aus. Voll eng geblieben, geil. Ey, Don ist auch da. Der hat mich gerade angeschrieben, ob er einfach so dazukommen kann. Ja, klar. Ja, ja, klar. Ihr zwei seid immer herzlich willkommen, wenn wir online sind. Dankeschön. Mehr passen ja eh nie in die Crew. Later. Ja, es geht doch leider kein Update dafür, wenn ich das nicht gelesen habe, weil ich mich gekriegt habe. Was ist denn das jetzt für eine Kackstrecke, verdammt? So eine Fünferkuh, das wäre mal was. Oder acht oder sechzehn. Oh, Alter. Können wir auch gleich eine 64. Ja, machen wir Gruppenausflug. Ja, klar. Dann machen wir Spielausflug. Komplett der ganze Sofa. So, jetzt bin ich wieder schön zurückgefallen. Jetzt bin ich dritter. Das ist doch scheiße. Bloß, weil ich an dieser Kackkante hängen geblieben bin. Wolle ich schnell einen Kaffee trinken? Ja, kannst du mal an der... Ja, nee, das mit den Kippen holen, hatten wir vorhin schon mal. An der Tanke. Ja, war doch keine da, ne? Ja, ich muss dann mal mein Auto tanken via Stecker und so. Bei Elektroauto. Oder hast du eine Powerbank einstecken? Ja, die liegt im Wohnzimmer. Powerbank fürs Auto, oder? Die muss was robben. Oh, ja. Da kann man doch so eine fürs Handy nehmen, oder? Ja, ja, klar. Ja, sag ja. Wird ja mal reichen für eine Auflachtung. Huch, ach, bitteschön. Aua. Wand. Könnte ich mal einen Fehler machen? Ach, aber doch gerade. Also nie den, mich kennengelernt zu haben, sondern... Das ist was anderes. Den Fehler bereue ich jetzt seit mehr als acht Jahren. Nein, Quatsch. Ja, doch. Auf jeden Fall. Komm, es war bisher eine spaßige Zeit. Also in dem so eine Warschau. Naja. Ja, ich fand's am spaßigsten, wo wir eine kurze Zeit keinen Kontakt hatten. Das nehme ich jetzt übel. Nein. Alles gut. Nein, wir haben immer Spaß. Äh? Ja. Ja. Und haben uns noch nie real life getroffen, was eigentlich das Geilste an der ganzen Sache ist. Wird's doch mal Zeit, oder? Ja, nächstes Jahr spätestens. Das sagen wir jedes Jahr. Ich weiß. Wir wollen ja auch schon seit zehn Jahren auf die Gamescom mal gemeinsam gehen. Ne, ne. Das haben wir jetzt erst gestern beschlossen, dass ich nächstes Gamescom gehen kann. Naja, komm. Wir wollten schon mal zusammen auf die Gamescom gehen. Ja? Ja, klar. Da hab ich gar nicht mehr dran erinnern. Cool. Das ist genauso wie mit Darkie. Wollte ich eigentlich auch schon seit einem Jahr oder so glüber gehen. War das dann noch in Leipzig, die Gamescom? Das kann sein. Highway 1 Special hab ich grad freiget... Waaaaaah! Waaaaaah! Anstatt die Erfolge zu geben, krieg ich jetzt auch ein Clippen-Special, oder? Scheiße. Ja, toll. Jetzt bin ich letzter. Na, geile Sache, Mann. Und das nach, äh, vor nach zwei Checkpoints ist so kacke. Ich bin dann mal da. Ja, ich seh's. Klar. Ich bin weg, de. Ich bin auch durch, de. Ach komm, den krieg ich... Aua! Nicht mehr. Schade, Matthias. Ach, es kommt noch ein Checkpoint. Alter, ich lieg ja echt mega weit hinten gerade. Da wird sogar die Zeit knapp. Ach, hier ist es. Ach, ne. Ja, läuft. Es kommt bestimmt erst mal ne fette Zwischensequenz. Ja, da winkt er wieder mit nem Ärmsten. Ich hab trotzdem Gold gekriegt. Was los? Gewichtsreduktion gewonnen. Ja, und es bringt mir minus 28 schon. Los, starten. So. Fortfahren. Immer wenn du mit Fort willst. Ja, ja, ich wüsste nicht. So, jetzt lauter uns erst mal wieder. Gute. Wir haben einen Sieger. Das Schicksal hat gewählt. Alle mal zur Protivale. Support für die offizielle Urschel. Guten Abend. Servus. Gittler, los? Wir nehmen noch mitten drin auf, ne? Ja. Zwischensequenz und so gerade. Ich war mir im ganzen Leben noch nie sicher. Gut. Ach ne, der laubert jetzt bestimmt klein nochmal, oder? Oder, oder? Nein, tut er nicht. Okay, tut er nicht. Ähm, wo ist denn hier? Don Vibratore. Nein, du nicht. Ach, hier. Ja, schönen guten Abend, Don. Guten Abend. Ihr seid jetzt, ähm, beide in einer Folge reingeswitcht, lustigerweise. Ähm, und, jetzt gucke ich nochmal, jetzt gucke ich nochmal, wo müssen wir denn hin? Schiff ist die nächste Performance, das ist gut. Ich spring mal rüber zu euch. Was? Ich spring mal rüber zu euch. Tu das. Achso, ich muss ja auch wieder aus dem Menü raus, aus dem Kartenmenü. Menü. So, dürfte ja eigentlich gleich um die Ecke sein, ne? 900 Meter. Nicht schon mal ein Kilometer. Hast du die Frau mit dem komischen Wagen da fast umgefahren? Naja, und? Was ist denn bei dir ein komischer Wagen? Oh, ein Kostler, ich kam jetzt nicht drauf. Ah, nein, ah, ich will doch da irgendwo lang. Eh? Hier komme ich nie lang. Ja, ich habe hier, bling, bling. Achso. Bling, Satellitenstation. Bling, 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 bling. Da rechts in den Wald? Na, nur mit dem Rennen. Ja, ne, macht der auch Sinn. Jetzt geradeaus. Genau, genau da drüber. Achso, ja. Ja, ich sehe sie, Globo. Ja, ich sehe sie. Da steht noch einer daneben. Alles klar, ja, der lädt. Schön, da steht lädt drüber. Ich fahr durch so, krass, mal sehen, ob ich einen Taubsi finde, Mann. Gottes Willen. Wie lange mit Deutschen auch? Das ist jetzt die dritte Folge gerade mal. Ja. Also, wir haben relativ spät heute angefangen, bei Arbeiten und so. Das ist immer ein bisschen schwierig dann, so. Diese lästigen Freizeitbeschäftigungen ist ja schlimm, oder? Ja, ich habe gerade die Folge von heute geguckt. Ah, okay. Vielleicht sprechen wir nochmal das mit dem Freund auf den Freunden schicken nochmal an. Komm, komm, komm. Ach, das war ja die, wo ich da angefangen hatte, ne? Wo ich gleich zu Anfang das gemacht hatte, ne? Ja. Jetzt bin ich wieder an die Satellitenstation gefahren. Lass mich doch mal aus dem Scheiß-Tierer wieder raus. Mann. Mann. Du, äl, äl. Au, Mauer. Toll, warum sagt mir das keiner? Mauer. Danke. Die Mauer muss weg. So, ich bin dann auch irgendwann mal da. Ah, hast du auch schon wieder. Ah, ist klar. Jetzt sehe ich euch. Jetzt müsste ich, jetzt müsste ich so ne, so ne Fahrstuhlmusik einbasteln. Oder wenn ich so was suche, so Benny Hill Musik drunter legen. Du, 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 du. Ach nee. Wir können ja mal ne Stunde ne Folge aufnehmen und lässt es einfach nur schnell mit der Musik laufen. Ohne Option, oder? So, Santa Monica Pier. Jungs kennen da bestimmt ne Strecke die man ne Stunde erweitern kann Mützlichkeit So Willstah ich euch mal überraschen? Achja Meine Polizei Aqui beschenke ich dir Mit der Rennkarre darf das ja an sich kein Problem sein oder? Warum fährst du eigentlich am Punkt vorbei? Na, weil ich die Polizei mir am Nacken hab. Vielleicht. Oh, hier ist ein Glöckchen. Oh, er zieht das Ziel nicht mehr. Das tut mir jetzt aber gar nicht leid. Was? Die haben mich doch immer noch auf dem Visier. Lasst mich doch. Läuft. So, was? Tagestalent Erfolg freigeschaltet. Hups. Und fahr erstmal parkende Autos zusammen. Na, läuft der. Wird das jetzt? Was wird was? Die Folge ist sowieso zu Ende. Aber ich nehm noch auf dem Rückweg zwei Glöckchen mit. Die ich gerade gesehen hab unterwegs. Was ist das? Hollywood Boulevard. Alles klar. Was? Path to Glory. Gibt's ja auch bestimmte Erfolge, wenn man in solche Sehenswürdigkeiten in bestimmte Reihenfolge abfährt. Was? Okay. Die musst du erstmal rausfinden, die Reihenfolge. Nö, die siehst du in der Erfolgsliste, welche da abfahren wird. Achso. Okay. Sunset Boulevard. Gucken wir uns immer nochmal kurz an. So, ich bin auf dem Weg zurück. Ach, da ist noch ein Glöckchen. Na, klasse. Muss ja nochmal anhalten. Sind eng gesät hier in L.A. Ja, ich merk schon. So, Beverly Hills. Na klar. Warum auch nicht? Ach ja. So. Okay. 1,2 Kilometer, aber ich bin ja schnell da. Wenn ich nie noch ein Glöckchen finde. So, wer will leiden? Wer will leiden? Ja, du den ganzen Tag. Du fährst jetzt bitte nicht in einen von uns rein. Wir stehen hier ganz schön. Ich hab euch gar nie gesehen. Ihr wart unsichtbar. Ich bin in euch alle reingefahren. Ihr wart aber nicht da. Du bist 800 Meter bei mir entfernt. Nein, ich stehe eigentlich... Bei mir auch 890 Meter entfernt. Jetzt nehmen wir euch. Ah, jetzt. Jetzt steht er hinter mir. Ähm. 15, nee, 18, 20 Meter hinter mir? Fine. Ja, ähm. Jetzt sind eure Namen komplett weg. Ach, jetzt. Ah, jetzt taucht er wieder auf. Ah, nice. So. Okay, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, meine lieben Leute. Das war das Race Off. Das letzte. Und... Ja. Luna und Don machen noch in zwei Runden, in zwei Völkchen mit. Würde ich denken. Ja, na klar. Und... Ja. Dann bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss. 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 Tschau. Tschüss.